Was gibt's denn hier Schönes? Position und Verbände und... ah! Ein Kriegstagebuch. Lärkauf-Einsatz von mir ist... Niemand wagt jetzt noch, Wahlen offen zu kritisieren. Trotz meiner Warnung machte Wilhelm an der Tag seinen Unmut in der Kantine Luft. Kantine? Okay. Sein Auszug... Was ist die? Ich dachte... Sein Ausbruch zog feindselige Blicke aus gewissen Kreisen nach sich und nun habe ich ihn inzwischen seit über einer Woche nicht gesehen. Versetzt heißt es. Okay. Nenne, von wegen versetzt. Ja, ja, ist klar. Deutschland. Ja, hat sich Deutschland ist nicht versetzt worden? Gab's keine Versetzung? Da gab's nur... stillen Gehorsam. Jetzt nix. So, ich geh mal hier rein. Oh, hallo. Renn doch mal. Das ist ein Miran. Alles falsch. König. Schwarz, Weiß und König. Ah, die drei Musketiere. Ja, genau. Sind gar nicht begeistert, dass Wahlen's Visage überall hängt. Oder von seiner Basis. Oh, einer von ihnen geht heute Nacht nach Berlin mit Wahlen's wertvollen Notizbuch. Und wer wird das sein? Ich weiß nicht. Hab nur mitbekommen, dass sie sich später treffen. Vielleicht um zu entscheiden, wer dem Führer das Notizbuch als Geschenk überreichen darf. Okay. Wenn der auch immer hier drin war, hat sich seine Hand verletzt. Mhm, 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 mhm. Was muss ich machen? Klettere das Gerüst zum Aussichtspunkt hinaus. Und ich habe jemanden, ich muss irgendjemandem folgen, der seine Hand verletzt hat, aber... Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich muss auf jeden Fall hier runter. Wieder runter. Da draußen, die, die können mich jetzt einfach mal. Gerade der vor allen Dingen. Ich glaube, ich kann auf die auch verzichten. Aber wenn ich mir diese angucke, die stehen nämlich hier. Und hier ist kein Eingang mehr. Von daher, ich werde jetzt eh irgendwo hier rumlaufen oder hier durchlaufen. Und dann hier rum oder ich laufe direkt hier. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu offensichtlich, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass das unbedingt gut geht auf meiner Ansicht. Aber wir können mal die Chance nutzen. Ich weiß. Und einmal schnell speichern. Wirklich. Wenn das mal nicht Sinn des Spiels ist. Sniper guckt immer noch. Viele da rumlaufen. Schlimm. Wohl, momentan geht es ja fast noch. Da ist ein Schlimmeres erlebt. Ohpala. Nein. Der wird nicht gucken, ob ich hier bin. Hm. Da sind überall zu viele. Hm. Den einen da hinten würde ich kriegen, aber ich glaube nicht, dass das sonderlich schlau ist. Ich gehe mal lieber hier lang. Mal gucken, ob ich hier irgendwie rumkomme. Oder zumindest vielleicht den einen oder anderen noch ausschalten kann, bevor ich mich weiter aufmache. Was ich auf jeden Fall versuchen muss, ist mir den Scharfschütz zu holen. Bevor ich irgendwas an was mache. Das übertönen ist zwar schön, aber es ist jetzt zu weit weg. Da ist einer. Da ist einer. Scheiße. Hm. Das ist nicht gut, ey. Das war ganz und gar nicht gut. Da ist noch einer. Oh Gott, wo? Oh Gott, nur da. Ah, da ist er. Look. Ah, ich habe eine Markierung mehr. Oh, scheiße. Crap. Das war vergeigt. Habe ich eiskalt der Scharfschütze gesehen. Okay. Kann ich lassen. So brauche ich es nicht versuchen. Sind die ganzen Markierungen weg, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Scheiße, ey. Okay. Crap, 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 crappy, crap. Hier sind gar keine Markierungen mehr. Außer der Scharfschütze von Feindler. Äh, aber den treffe ich von hier erst nicht. Ich muss von irgendwo, muss ich den treffen. Und dann schnell Standortwechsel und alles was andere. Was die anderen machen, ist mir dann fast egal. Hm, hier war ich auch noch nicht. Hier könnte, glaube ich, ganz gut sein. So zum Durchschleichen. Ich könnte mich als guter Weg erweisen. Dieser Weg? Ne, das singe ich jetzt nicht. Auch wenn es hier fast schon angebracht wäre, aber... Den gefallen tue ich euch jetzt nicht. Tja, hier irgendwo ist der Scharfschütze. Ne, hier oben ist der. Da oben ist der. Da muss ich auch noch hin. Ich müsste hier hin. Hier müsste ich hoch. Ich guck mal, ob ich da hinkomme irgendwie. Auf den Scharfschützenposten. Der guckt genau in meine Richtung, ey. Fuggidi-fuggidi-fuck. Das ist sowas von ungut gerade. Scheiße, ich komme ja nicht mehr weg, ey. Soll ich denn hier wegkommen? Ich meine, ich kann ja natürlich einfach die Birne wegballern, dem Typen. Ah, jetzt weiß ich aber, was das hier ähnlich ist. Ha, Freund. Gut, dass ich da einfach mal nicht wusste. Da gibt's nur eins. Ich muss dem Scharfschützen die Birne wegballern. Ich muss den irgendwie loswerden. Komm mal, was ich da wolle. Wenn es das letzte ist, was ich tue. Zumindest das erste in dem Moment, die ich jetzt gerade mache. Hier irgendwo ist einer. Ich weiß nur gerade nicht, wo. Vor mir, aber unten. Okay. Da oben geht's um Scharfschützenposten. Da komme ich aber nicht lebendig hin. Scheiße. Schöner gesehen. Kann ja nicht sein, dass er mich immer sieht. Da sind auch nochmal zwei, da sind vier Leute, ey. Und ein Scharfschütze. Da komme ich niemals vorbei. Keine Chance. Nicht voll vergessen. No freaking way. Das kann ich gekonnt aufgeben. Tja, da hinten, die Stelle war eigentlich fast doch besser. Ich weiß, ich bin ein nerviger Sack und laufe hier in die ganze Zeit in einem Kreis, aber das hat ja auch alles irgendwo seinen Sinn, dass ich das tue. Ich versuche halt den Weg des möglichst geringsten Widerstands gerade zu finden. Ich weiß nur nicht, wie. Ich weiß nur, wie. Hm, treffe ich wohl nicht, ne? Nee, kann ich nicht treffen. Scheiße. Dafür habe ich jetzt drei Schuss verschwendet. Das kann ich ja mal laden. Das hat mich jetzt nichts gekostet. Nanu, sagt er. Scheiße, warum sagt der Nanu? Jetzt nicht mehr. Und weg. Ich war nie hier. Kommt der hier hoch? Der Typ, den ich nicht auf der Karte markiert habe. Wie viele da sind und wie viele ich nicht markiert habe. Können wir mich denn verarschen? So, lass mich mal gucken. Ich kann dreh so einen Stein. Toter Mann. Dann nehmen wir sie halt so auseinander. Ist mir auch egal. Kann man laufen an Meter. Ha, ha. So, zwei weg. Geht doch. Zwei Probleme weniger. Muss ich die halt locken. Machst du nix. Muss ich sie halt locken. Wie kriegt die gelockt? Gar nicht, ne? Oder? Ist zumindest gelb geworden auf der Map. Er müsste eigentlich jetzt curious werden und hier hochkommen. dann kann ich ihn eben schnell ausschalten. Oder auch nicht. Hallo? Wollt ihr nicht hier hochkommen? Wollt ihr nicht äh von meinem Stein irritiert? Ja, den hat er eh nicht gehört. Ah. Ah. Now he's coming. Now someone is coming. Ach komm, wo bist du? Da ist er doch. Dreh dich mal um. Komm, dreh dich um. Scheiße. Jupp. Das hat nicht funktioniert. Das hat gar nicht. Ich hab nicht gespeichert, ne? Äh. Ach, Mann. Oh, ich bin immer noch hier. Ich hab echt nicht gespeichert. Ich bin so ein Depp manchmal. Warum mach ich das denn nicht? Warum speichere ich da nie? Komm weg. Weg, 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 weg. Ich sollte nach jedem Gegner speichern. Ohne Scheiß. Nach jedem verkackten Gegner. Ich vergesse es jedes Mal. Aber die beiden holen wir uns nochmal. Dann haben wir ja jetzt gelernt, wie es geht. Die kriegen wir schon. Müssen nur ein bisschen warten. Aber das ist halt auch ein Geduldsspiel hier. Das ist halt auch ein Geduldsspiel. So, der ist schon mal eine Etage höher. Der kommt jetzt an und guckt erstmal, was da so los ist. Das heißt, jetzt können wir ihn uns schlafen. Da ist noch einer. Der kommt auch hoch. Noch sehr weit genug weg. Ich muss die alle irgendwie einzeln rauslocken. Außer Reserve, sonst komme ich da nicht klar. Jetzt läuft der ja noch hinter mir her. Neben mir her. Vor allem, der ich hier auch keine gute Position finde, um das zu markieren. Wohl vielleicht. Von da hinten. Ich weiß nur nicht, ob ich da irgendwie vorbeikomme. Hallo, kommst du mal hier hoch, bitte? Hm. Ah, jetzt kommen sie. Okay. Vielleicht noch ein zweiter. Das wäre natürlich noch besser. Würde mich freuen. Toter Mann, toter Mann. Gleich sogar zwei. Pass mal auf. Wollen wir mal wetten? Ho, ho. So. Jetzt speichern wir an dieser Stelle. Zack. Und ich versuche irgendwie, ich komme nicht an dem dummen. Da hat mich einer gehört. Da hinten ist gelb geworden. Der müsste jetzt eigentlich hier hinkommen. Dann haben wir zumindest noch mal einen weg. Dann haben wir schon drei tot. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Einfach ausdünnen alles. Je weniger, desto besser. Ich weiß nur noch nicht, wie ich diesen... Jetzt müsste die Treppe hochlaufen. Genau. Jetzt müsste er auf meiner Ebene sein. Genau. Perfekt. Und jetzt gleich müsst ihr hier rumkommen. Toter Mann. Oder was zum Teufel. Nehme ich auch. Komm, geh mal gucken, wo die sind. Wer da so liegt. Geh mal gucken. Guck dich mal um. Oh. Äh. Okay. Okay. Der ist aber nicht so dumm. Der läuft einfach mal komplett woanders hin. Ah, was ein Arsch, ey. Wo ist ich woanders hin? Da muss ich mich, äh, verdrücken und mir einen anderen Platz suchen. Kein dummes Sniper, mich da schon wieder sehen, ey. Jetzt kann er mich nicht mehr sehen, so. Ich sehe ihn aber auch nicht mehr. Ah, ich guck mal, ob ich von hier aus reichen kann. Das hört sich gut an. Von hier aus könnte ich den vielleicht kriegen, ohne, dass man mich hört. Ja, von hier aus aber nicht. Von da unten war aber gerade ganz gut. Das könnte eventuell klappen. Hier werde ich schön übertönt. Komm. Das ist jetzt meine letzte Chance. Ich muss ihn loswerden. Oder auch nicht. Wie hat der mich? Der weiß, der sieht mich doch hier nicht. Ach, der kann mich da doch nicht sehen. Mann, ey. Ich komm an dem Typen nicht vorbei. Perfekt.